Herzlich Willkommen beim Motorrad Magazin. Ihr habt es hoffentlich gesehen auf unserer Seite www.motorrad-magazin.at Täglich frische News zu den Motorradmodellen 2025. Die ganze Sammlung gibt es dann Mitte November nach der EICMA in unserem Achterheft 2024. Wer das nicht versäumen will, der sollte jetzt schon das Motorrad Magazin abonnieren, spätestens dann zu Weihnachten. Ihr könnt die Nummer aber auch extra einzeln nachbestellen und ihr könnt es auch online lesen. Viel Erfreuliches bis jetzt. Es folgt aber auch für manche Unerfreuliches und zwar in Sachen Elektronik. Es gab wahrscheinlich noch nie so viele neue elektronische Helferlein, wollen wir es einmal nennen, wie jetzt. Viel ist davon übrigens vorgestellt in einer neuen KTM. Welche das ist und worum es sich bei diesen neuen elektronischen Features handelt, das erzähle ich euch gleich. Willkommen zurück. Assistenzsysteme sind nichts Neues und werden von den meisten von uns, glaube ich, mittlerweile schon sehr geschätzt. Vor über 10 Jahren wurde das MSC von Bosch in der KTM 1290 Super Adventure, glaube ich, präsentiert. Das heißt, Kurven-ABS und Schräglagen-Traktionskontrolle. Das ist heute bei den Hochpreisigeren, aber nicht nur mehr dort fast selbstverständlich. Und ich behaupte auch, dass das einen großen Anteil daran hat, dass ich seit 5 oder 6 Jahren wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr gestürzt bin. Gestürzt bin ich zuletzt, weil ich so ein System deaktiviert habe. Das heißt, grundsätzlich gibt es sehr sinnvolle Implementierungen, was diese Fahrassistenzsysteme betrifft. Jetzt erreichen wir aber eigentlich so ein bisschen eine nächste Stufe und die ist meist radarbasiert. Und der Unterschied hier ist natürlich, dass eine Verbindung zu anderen Fahrzeugen hergestellt wird. Es betrifft nicht nur mehr mich, sondern eben auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Und wir wissen, wir bewegen uns ja in einem Verband. Wir bewegen uns in einem sehr komplexen System. Das heißt, auch hier kann es natürlich sinnvolle Features geben. Die Frage ist nur natürlich, ab welchem Zeitpunkt das Ganze so ein bisschen gefährlich wird, weil sich dann natürlich auch vielleicht jemand einklinken kann, weil vielleicht auch die exekutive Einsicht nehmen kann in die möglicherweise abgespeicherten Daten und so weiter. Aber das sind jetzt einmal Spekulationen. Ich werde jetzt einmal beginnen, damit euch diese einzelnen Systeme zu erklären. Es sind eigentlich Weiterentwicklungen, Folgerungen von bestehenden Systemen, zum Beispiel vom adaptiven Tempomaten, den ich auch sehr geschätzt habe. Mittlerweile fahre ich aber lieber mit dem normalen Tempomaten und regle das ein bisschen selber, weil auf der Autobahn nervt das dann immer, wenn man überholt, sich wieder einreiht, der bremst sich wieder ein, weil er ja immer denselben Abstand halten muss. Das bremst, finde ich auch teilweise ein bisschen stark. Also da gibt es dann auch jetzt die nächsten Schritte, die hier gesetzt werden, auch was das Bremsen betrifft und so weiter. Jedenfalls hat Bosch sechs neue radarbasierte Assistenten entwickelt, die das Motorradfahren natürlich sicherer machen sollen. Und vier davon, die mit Frontradar arbeiten, die sollen dann eben in einem neuen KTM-Modell debütieren. Wir glauben, dass dieser sozusagen Technologieträger die 1390 Super Adventure sein wird. Zu den neuen KTM-Modellen gibt es übrigens natürlich auch schon einen Bericht auf unserer Seite und ein Kurzvideo, ein ganz ein kompaktes. Und wie gesagt, ich habe es in der Einleitung erwähnt, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert, dass Bosch sozusagen sich hier KTM aussucht, um ein neues System einzuführen. Das war eben schon der Fall beim MSC, bei der Kurven-APS und bei der Schräglagen-Traktionskontrolle vor über zehn Jahren. Also worum geht es jetzt bei den neuen Systemen? Fangen wir eben bei diesen Frontradar-basierten Systemen an. Da gibt es was, das heißt CCS&G oder CCS&G. Das ist die adaptive Abstands- und Geschwindigkeitsregelung Stop & Go. Also wir kennen den adaptiven Tempomaten, der den Abstand zu voranfahrenden Fahrzeugen konstant hält. Meistens sind das so drei bis vier Stufen, die man einstellen kann. Natürlich ist dann die niedrigste Stufe, der kleinste Abstand immer noch so, je nach Geschwindigkeit, dass man oft das Gefühl hat, das ist mir ein bisschen zu weit, obwohl man vielleicht vernünftigerweise so fahren sollte. Aber hin und wieder nervt das natürlich, wenn sich vielleicht vorne eben auf der Autobahn wer einreiht und plötzlich bremst sich das eigene Fahrzeug ein bisschen ein, um diesen Abstand wieder herzustellen. Mich nervt es, wie gesagt, mittlerweile ein bisschen und ich denke mir, na, das mache ich lieber selber. Geschwindigkeit soll erhalten und den Rest, den regele ich schon mit Gas und Bremsen und Tempomaten wieder aktivieren und so weiter. Das stört mich wirklich nicht so. Jetzt geht es aber darum, dass das Bike bis zum Stillstand verzögert wird. Natürlich nicht aus hoher Geschwindigkeit, sondern wie der Name schon sagt, Stop & Go. Das heißt, wenn das vordere Fahrzeug dann ebenfalls stehen bleibt, dann bleibt das eigene Fahrzeug auch stehen. Beim Motorrad ist das alles natürlich viel sensibler als beim Auto, wo es das ja schon gibt und kein Thema ist, weil ich einfach angeschnallt in einem schönen Foteu sitze, sondern das darf alles natürlich nicht so abrupt passieren. Und da muss man natürlich Anpassungen treffen. Bin gespannt, wie das dann umgesetzt ist. Wir vermuten natürlich, dass das nur sinnvoll ist mit einem Automatikgetriebe, weil aus dem Stillstand das Fahrzeug dann wieder anfahren soll, weil zum Stop gehört ja dann auch das Go. Mich nervt es auch sehr natürlich, wenn ich in einer Kolonne fahre, wenn ich im Stau stehe. Allerdings hat man als Motorradfahrer je nach Land, je nach Gesetzgebung natürlich Möglichkeiten, an dieser Kolonne vorbeizufahren. Das heißt, außer ich habe ein sehr großes Motorrad, einen Tourer, einen Fulldresser, was auch immer, wo ich es dann nicht wage, mich durchzuschlängeln, probiere ich das im Normalfall, wenn ich weiß, es ist sicher. Wenn ich auch den Grund kenne, warum diese Kolonne jetzt steht, ich glaube, das ist in der Gesetzgebung irgendwie so vorgesehen, muss man unseren Alexander Seger nochmal fragen. Aber ich glaube, wenn der Grund eindeutig ist, zum Beispiel an der Ampel, dann darf ich vorbeifahren. Aber wie gesagt, ich möchte da jetzt gar nicht für alle sprechen. Ich weiß nicht, aus Deutschland, Schweiz und auch anderen Ländern, wo vielleicht manche zusehen, wird das vielleicht anders sein. Aber es ist halt eine Erleichterung wieder für eine nervige Situation, auch für uns Motorradfahrer. Und da handelt es sich quasi eben um einen Stauassistenten, den wir dann aktivieren können, den man dann aktivieren kann. Und wo die Frage ist, ob das dann am Motorrad genauso viel Sinn macht wie im Auto. Werden wir sehen, ist es noch etwas relativ harmloses, finde ich. Wundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, das ist ungefähr so seltsam wie dieser Walk-Modus, also der G-Modus bei meiner Kawasaki Hybrid, wo man zum Rangieren eben ganz eine Schrittgeschwindigkeit hat, weiß nicht, 2 kmh, 3, irgend sowas, wenn überhaupt, um das relativ schwere Motorrad zu bewegen, leichter. Ja, kann sich ja jeder seine Meinung bilden, zu all diesen Systemen übrigens, ich werde meine dann auch noch ganz kurz kundtun. Das zweite heißt GRA Group Ride Assist. Und wer sich so Videos zur Super Adventure und so von uns angeschaut hat, wo so ein adaptiver Tempomat schon drauf ist, der hat gesehen, wir haben auch versucht, auf der Landstraße da mitzufahren. Das heißt, eine Geschwindigkeit einzustellen, wo sich die Kurven vielleicht auch eingehen, ausgehen, schön. Nur, wir fahren immer in einer Gruppe bei diesen Präsentationen, so wie ihr vielleicht auch in der einen oder anderen Ausfahrt, und da fährt man ja meistens versetzt. Und da gibt es dann natürlich das Problem, dass die Abstände wechseln, auch wenn man sich jetzt ein bisschen bewegt. Und diese Formation soll dieses System verstehen. Irgendein Algorithmus soll dieses versetzte Fahren analysieren oder erkennen und richtig darauf reagieren. Sprich, den Abstand zu den Vorausfahrenden über Anpassungen der Geschwindigkeitsregelung konstant halten. Da bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert. Das heißt, da muss ja quasi auch die Umgebung eben typisch radarmäßig gescannt werden und einfach verstanden, okay, der bleibt jetzt so circa hier und der bleibt hier. Und wie sich das System dann orientiert und das Ganze ausgleicht, da bin ich wirklich gespannt. Also das ist, finde ich, sehr komplex. Und das ist etwas, das kann ich mir noch so ein bisschen vorstellen. Also wenn man dann einfach eine gewisse Phase hat, wo man einfach lang, ja, weitläufige Landstraßen oder eben Autobahnetappen fährt mit so einer Gruppe und dann das System nicht ständig irritiert ist, sondern einfach versteht, wer ist der Nächste und so. Das ist interessant. Also das ist wirklich interessant und das wundert mich, dass das umsetzbar ist. Aber das werden wir uns auch noch anschauen. Das wird, wenn wir viel zu tun haben, übrigens bei der vermutlich 1390 Super Adventure Präsentation, werden wir auch noch die ganzen Radarsysteme da erklären müssen und verstehen. Das Nächste, Riding Distance Assist, RDA. Im Endeffekt sind die Sachen ja ähnlich, sind nur verschiedene Umsetzungen eigentlich der gleichen Idee. Hier kann man einen gewünschten Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen eingeben und da schreitet man diesen Abstand, dann wird der Gaseinsatz reduziert und im schlimmsten Fall wird sogar gebremst. Und das ohne, dass man den Tempomaten aktiviert hat, das ist eben jetzt der große Unterschied. Also beim ganz normalen, selbstbestimmten Fahren. Das kann man zum Glück noch ausschalten. Da wird es schon interessanter übrigens. Da wird es schon heikler wahrscheinlich, was die Bevormundung des Fahrers betrifft. Das heißt auch das wieder ziemlich spannend. Wir werden auch sehen, übrigens bleiben gewisse Dinge aktiv, wenn man abschaltet, wenn man das Fahrzeug abschaltet oder nicht, muss ich das jedes Mal neu vielleicht im Menü sogar irgendwo in einem Untermenü deaktivieren. Bei meinem Auto ist das zum Beispiel so, haben wir erkannt, mit dem Spurwechselassistenten und so, oder dem Müdigkeitserkenner, der den ganzen Schwachsinn. Ich glaube, das muss ich jedes Mal deaktivieren. Ich weiß nicht, ob bei jedem Starten oder so nach einer gewissen Zeit mag ich gar nicht. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Das nächste, kennt man auch ein bisschen, Emergency Brake Assist, EBA. Auch das ist natürlich vom Auto übernommen. Und da geht es darum, dass man halt nicht optimal bremst. Bei einer Notbremsung zum Beispiel, dass man nicht wirklich voll rein tritt. Was man ja kann, durch die ABS-Unterstützung, das macht ja dann natürlich am meisten Sinn, dosieren bringt da eigentlich nie mehr so viel. Und da schreitet die Elektronik ein und will in diesen Gefahrensituationen, in diesen Notbremslagen, wenn der Fahrer nach Ansicht des Systems, das ist immer besser, weiß natürlich, zu zögerlich verzögert, dann wird der Bremsdruck automatisch angepasst und optimiert. Auch widerspannend natürlich, im Grunde sehr sinnvoll, wenn es sich tatsächlich nur dann, das muss ich natürlich überlegen, aber eigentlich macht es natürlich auch bei sehr harten Bremsungen Sinn, wo gar keine richtige Notsituation herrscht. Muss man fast sagen, trotzdem glaube ich, dass wirklich sportliche Fahrer damit vielleicht ihr Problem haben werden, aber das nicht wollen werden. Also, es wird auch ganz spannend, wo es beginnt, keinen Sinn zu machen, oder ob das eigentlich dann auch in jeder Situation ist. Also, da muss man sich jetzt fast ein bisschen durchdenken, beziehungsweise muss man das natürlich mit Messungen dann überprüfen, wie es damit richtig ausschaut. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen am Grübeln, ob mich das in manchen Situationen nerven könnte, dass ich vielleicht gar nicht so stark bremsen will. Ja, das könnte natürlich gut sein. Ich will schneller in die Kurve rein, als mich das System lässt oder so. Also, da kann es vielleicht ein paar Umstimmigkeiten geben zwischen Mensch und Maschine. Und dann gibt es zwei weitere Assistenten, die mit dem Heckradar verknüpft sind. Auch das kennen wir ja bereits aus der Ducati Multistrada V4 zum Beispiel, der Rumpf-Tiger 1200, Kawasaki Ninja A2 SX. Und auch diese Systeme sollen 2025 debütieren. Da ist allerdings noch nicht klar, in welchen Modellen. Vielleicht eh bei gewissen Updates. Ich glaube, die Multi ist jetzt abgetetet worden. Da könnte sein, dass dort die Systeme, die schon integriert sind, einfach quasi ein Upgrade erhalten. Und da gibt es etwas, das nennt sich Rear Distance Warning RDW. Da geht es wieder darum, dass der Verkehr hinter dem Motorradfahrer für einen Motorradfahrer vielleicht nicht so gut zu überwachen ist. Also, ich habe immer Angst, dass mir hinten irgendwer drauf fährt. Das ist meine größte Angst vielleicht sogar. Gerade wenn man plötzlich auf einen Stau auffährt oder auf einen Unfall oder was auch immer. Wenn es zu einer stärkeren Verzögerung kommt und dann sehe ich hinten schon das Auto oder den LKW und denke mir, bist du depper, bitte nicht. Darum geht es jetzt nicht unbedingt. Das kann man auch nicht verhindern. Aber man kann diese Leute vielleicht schneller warnen, dass es jetzt gerade vielleicht notwendig ist, härter zu bremsen. Das kennen wir bereits, wenn die Blinker beginnen, beide zu leuchten. Wenn man hart bremst vor Honda zum Beispiel, ich glaube, da ist es schon überall drinnen. Bei BMW ist glaube ich auch schon, das ist Notbremssignal. Und hier wird man dann noch zusätzlich gewarnt, wenn ein Fahrzeug hinten zu nah auffährt. Und auf Basis dieses Hinweises kann der Fahrer die Situation entschärfen und einem Auffahrunfall vorbeugen, schreibt Bosch. Ja, da schreibt der Peter dann, man darf gespannt sein. Ich auch, weil ich kann das vielleicht noch auf der Autobahn, ich meine, das mache ich sowieso, wenn mich irgendwer nervt. Und vor allem, wenn ich ein starkes Motorrad habe, dann mache ich mal diesen hier. Und dann wird er immer kleiner im Rückspiegel. So, problemgelöst, gefahrgebahnt. Aber hier, also wenn ich jetzt von einer Situation wie der gerade von mir beschriebenen spreche, dann wird es ein bisschen schwer. Weil wenn ich nach vorne nicht aus kann, dann werde ich die Situation nicht entschärfen können. Und die Frage ist auch, ob mich das ja nicht irritiert sogar. Weil ich kann ja sowieso diese von hinten drohende Gefahr nicht völlig entschärfen. Das wird mir leider nicht gelingen. Also wenn ich ein Pech habe, habe ich ein Pech. Habe ich übrigens einmal gesehen auf der Dresdner Straße, vor der Ketzergasse. Das Motorrad eingeklemmt. Der Fahrer war nicht mehr da, aber nein, vielleicht sowas. Und da kann es gerne blinken oder pipsen, aber es wird boschen. Deshalb, wie gesagt, das ist was, wo ich mir denke, ja, noch ein bisschen mehr Geblinke und Gewarne ist vielleicht das, auf das ich am meisten verzichten könnte. Aber lassen wir das nochmal hinter uns. Es gibt da noch ein System, das heißt RCW, Rear Collision Warning. Das knüpft hier an, nämlich wenn das System merkt, dass trotzdem eine Auffahrkollision droht, das heißt, wenn sich das Fahrzeug so schnell nähert, dass es nicht mehr bremsen kann, dann aktiviert es automatisch die Warnblinkanlage, um die Fahrerin dahinter zu warnen und letztlich doch zum Bremsen zu animieren. Klingt natürlich jetzt echt schon paradox. Das heißt, ja, das ist eigentlich das, was man mit dem harten Bremsen eigentlich schon hätte. Mit dem Emergency Brake Signal. Ich bremse sehr hart und es aktiviert sich sozusagen die Warnblinkanlage. dann muss ja der hintere schon wissen, da ist eine Gefahr. Also hier dieses System dann ebenfalls noch, ja, das kann, ich kann jetzt sogar eine Situation erdenken, wo das einen Sinn macht, nämlich wenn ich plötzlich, sagen wir mal, aus irgendeinem Grund, wenn man da Benzin ausgeht, plötzlich langsam werde, deutlich langsamer, auf der Autobahn zum Beispiel oder wenn das Fahrzeug hinter mir gar nicht sehen kann, dass ich viel langsamer, was ich sowieso nicht nie mache, aber da gibt es ja die Experten, die mit einem 90er dann plötzlich auf die linke Spur wechseln und dann wird es wahrscheinlich Sinn machen, weil der rattert hinten daher mit 130 plus, je nachdem, und sieht das viel, das kennen wir ja alle, man sieht das teilweise gar nicht, dass so ein Depp da vorne herumzuckelt und dann schreitet wiederum die Elektronik ein und sagt, ohne dass ich jetzt was machen muss, also das muss man immer berücksichtigen, also in dem Fall muss ich mich ja gar nicht darauf konzentrieren, das System selber sagt, hey, du da hinten, Achtung, der fährt langsamer als du glaubst oder da ist sonst irgendwas, das ist jetzt, also da merkt man schon, ich muss mir das schon ausdenken, wo das Sinn macht, man versucht hier offensichtlich jegliche Situation, die sich ergeben könnte, irgendwie elektronisch zu lösen, es ist löblich, es wird ihnen nicht gelingen und da sind wir jetzt schon bei der Meinung dazu, viele haben ja Angst um Bevormundung am Motorrad, weil im Auto ist es ja gang und gäbe, was mich immer nicht nur irritiert, sondern schockiert ist, dass es ganz viele gibt, die das ja schätzen, deswegen gibt es den Müll ja, das nehmen ja ganz viele an, also ich kenne jetzt einen Tesla nicht von innen, ich weiß nicht, was das Ding kann, aber ich glaube, es ist mehr oder weniger ein fahrender Computer, der ja auch schon teilweise selbst fahren kann, ich habe das jetzt nicht mitverfolgt, haben wir noch einen alten Verbrenner gekauft, mit möglichst wenig drinnen, aber immer noch zu viel eben, schaue ich einmal kurz zur Seite, Müdigkeit erkannt und wenn ich schnell mal Spur wechseln muss, lenkt er dagegen, was ein Irrsinn ist in Wirklichkeit, ich finde das unfassbar, dass die Maschine hier mich hindert, in die Richtung zu lenken, in die ich will, ein Problem ist das übrigens auch, wenn man zum Beispiel zu Baustellen kommt und dann einspurig, da kennt man eh diese schmalen Spuren mit diesen Betontrennern und dann rattert das die ganze Zeit links, rechts und ich denke mir, bleib cool, wo ist das Problem? Also das ist nicht mehr so lustig, beim Motorrad sind wir noch nicht so weit, obwohl wir auch schon selbstfahrende Motorräder gesehen haben und ferngesteuerte, Motorräder, die nicht umfallen können und so weiter, das wird man dann natürlich auch alles argumentieren können. Jetzt sind wir eben einmal beim Radar und ob man dann nicht gleich im nächsten Step bei irgendeiner zentralen Kommandozentrale, sagen wir mal, wenn wir nicht Überwachung sagen, Kommandozentrale sind und gewisse Daten eingespielt und ausgetauscht werden und hin und her geschoben. Es ist zu vermuten und ich bin immer dafür, dass man betrachtet, was liegt eigentlich dahinter beziehungsweise was wäre noch möglich mit einer gewissen Entwicklung, mit einer technischen. Schauen Sie sich meistens an, okay, was ist das für ein Gadget? Ah, das ist ja super, ich kann elektronisch zahlen. Ah, jetzt kann ich die Kreditkarte sogar schon aufs Handy spielen und dann habe ich die Kundenkarte auch nur mehr am Handy und das ist ja alles total super. Und was nicht super ist, das sehen dann viele nicht. Sollte man immer im Auge behalten beziehungsweise das Erste, was ich mir immer anschaue ist, deswegen gelte ich bei vielen als etwas mürrisch und schlecht gelaunt, weil ich mir immer anschaue, was ist denn eigentlich die negative Seite? Was ist eigentlich die Dark Side of the Moon? Und das ist hier auch der Fall. Ich habe es jetzt ein bisschen beschrieben, gewisse Dinge wirklich sinnvoll. Es gibt weniger Stürze, ich bin weniger beziehungsweise gar nicht mehr gestürzt. Ich weiß noch, als ich mir das erzählt habe, bei den Bike Promotion-Veranstaltungen, die haben ja, die haben sicher auch noch sehr viele, damals hatten sie angeblich 200 Ringtage im Jahr oder so, die haben auch in Almaria immer diese Veranstaltungen gemacht mit BMW und vorher mit Honda, freies Fahren, Motorräder ausborgen und so weiter. Und da hat man mir erzählt, dass es allein durch die Einführung des ersten ABS, was ja aus heutiger Sicht steinzeitlich funktioniert, sich die Stürze halbiert haben. Und das muss ja jetzt noch extremer sein, mit den Kurven ABS-Systemen, Traktionskontrolle, Lift Control, Rear Lift Control, alles Slide Control, was wir alles haben. Großartig, großartig, dass wir das haben, aber hier betreten wir neues Land, sage ich mal, oder hier betreten wir die nächste Stufe dieser Entwicklungen, dieser Assistenzsysteme, wo es möglicherweise dann bald einen Schritt zu weit gehen könnte. Gerade was eben die Abschaltbarkeit betrifft, beim ABS ist es ja auch passiert. Darf ich bei Straßenfahrzeugen vorne nicht mehr deaktivieren, muss aktiv bleiben. Das gleiche könnte man jetzt mit der Traktionskontrolle machen oder mit der Wheelie Control, dann gibt es keine Wheelies mehr. Ist sowieso verboten, also warum sollte ich Wheelies nicht verunmöglichen elektronisch und so weiter. Also ich möchte euch jetzt nicht allzu depressiv hinterlassen, aber ich bin ein Skeptiker, was diese Dinge betrifft, was die elektronische Entwicklung nicht nur beim Motorrad, sondern im Allgemeinen betrifft. Das ist nicht das, was uns wirklich noch 100.000 Jahre auf dieser Erde überleben lassen wird, da bin ich mir ziemlich sicher. In diesem Sinne, gehen wir zurück ins Analoge, das ist jetzt leider ein altes Heft, aber das Neue, das kommt dann eben im November. rechtzeitig abonnieren oder zum Kiosk laufen und wenn ihr das versäumt, dann einfach online bestellen auf www.motorrad-magazin.at oder elektronisch lesen oder auch einzelne Artikel lesen, obwohl das ganze Heft natürlich als Ganzes ein Gesamtkunstwerk ist und man es auch als solches lesen sollte. In diesem Sinne, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.